Wir standen da bei der Pop-up Church am Szene-Opener. Was die Kirche da am Festival macht, das erfahren wir gerade für dich. Was genau ist denn da los und wer bist du zum da anfangen? Ich bin Corinna, ich arbeite bei der jungen Kirche Vorarlberg und wir haben uns vor ein paar Jahren gedacht, wir wollen mit der Kirche einfach zu den Leuten kommen. Und wo sind viele junge Leute auf dem Festival. Darum haben wir gesehen, wir gehen auf Szene-Opener und es kommt ganz gut an. Was genau ist denn da bei euch als am Stand? Wird da auch ein Festivalgottesdienst gemacht oder wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben überhaupt keine irgendwelche Ziele. Wir sind einfach da, wir wollen mit den Leuten gute Zeit haben, wir wollen Spaß haben, wir haben ein paar T-Shirts dabei, also das ist noch vom letzten Jahr. Wir haben da mit dem Jesus drauf noch wollen. Wir haben noch ein paar andere Goodies dabei, wir haben feine Sitzgelegenheiten von Denk Dich Neugesponsor gekriegt und wir sind einfach da zu mit den Leuten das Gespräch gekommen. Und manchmal ist es einfach nur lustig und manchmal geht es auch in Tüfe. Die Jugendseelsorger haben da auch mit dabei? Ja, der ist auch mit dabei, weil er einfach gut mit den jungen Leuten kann und weil viele ihn auch kennen und weil es für viele auch einmal eine einmalige Gelegenheit ist, mit einer Pfarrerin zu Gespräch zu kommen. Wer kommt denn da so vorbei und was wird denn da geschwätzt? Ja, also wie man sieht, viele junge Leute, alle möglichen Nationen, Groß, Kleinen, also wirklich von allen auch was dabei und es ist so schön, dass so viele Leute zusammenkommen und ja, also geschwätzt wird eigentlich immer über Gott und die Welt. Also es werden wirklich auch intime Fragen gestellt, vom Zölibat bis zu wie wir als Christen leben und ja, das kann einfach ganz spannende Sachen da raus sein. Und ihr sind alle drei Tage vertreten? Wir sind alle drei Tage da, von Anfang bis zum Schluss bis zum bitteren Ende und ja, wir freuen uns sowohl zum da zu sehen, als auch mit den Leuten dann einfach vorne Vollgas abgehen. Wo genau findet man euch denn? Wo standen wir gerade? Wir standen an der Szenenkilbe, und wir sind mitten im Geschehen. Super, danke schön!